Ich kann hier nicht raus, ich kann nicht rein. Ey, das kann doch gar nicht sein. Ich glaub, hier zieht der Papst ein. Dann gehen wir von hinten in die Höhle rein. Ich hab Lauge im Auge. Vera Intwee. Na, aber mit, war ein paar sehen. Wie geht denn das bei denen? Du bist so geil, geil. Wie geht der da die ganze Zeit? Maulaffenpfeil. Und sie hat heute frei. Diablo 3, Diablo 3. Aha, der alte Pädobär. Arschtrompeten hatten wir auch schon lange nicht mehr. Auf eins war immer das Schwert. Die hört sich mal an wie so ein sterbendes Pferd. Die Haut, die sich nicht traut. Set Iwanna, test mal aus. Hurra, das Schwert da, ich lass ihn ja. Hallo, na? Ich hab Lauge im Auge. Vera Intwee. Na, aber mit, war ein paar sehen. Wie geht denn das bei denen? Du bist so geil, geil. Steht ja da die ganze Zeit faul auf dem Pfeil. Und sie hat heute frei. Diablo 3, Diablo 3. Jetzt brennt Jesus. Ich leider feststellen muss, sie ja so, ne? Scheiße, ja, scheiße. Ich hab jetzt gelernt im Let's Play. Mann ist hier was los. Lecker, lecker, lefransoz. Da hätt ich nämlich noch ne kleine Idee. Komm mir langsam vor wie beim Porno-Dreh. Denn ich spiel hier zum ersten Mal. Essie, Essie. An der Zahl. Hinter dem Gras. Nur geschwommen. Ich muss erstmal wieder ein bisschen runterkommen. Ich hab Lauge im Auge. Gentleman kommt hier. Ja, das gefällt mir. Mal wieder auf Platte installiert. Mal gucken, was passiert. Das ist ein Hobby von mir. So, ich schau mal ganz kurz hier. Abgefuckter. Heiß. Nice. Der Kreis ist heiß. Schmeißen wir die Ofen ein. Ich hatte mir mal irgendwann... Ich hab Lauge im Auge. Vera Intwee. Na, mal mit. Waren versehen. Wie geht denn das bei denen? Du bist so geil. Geil. Steht der da die ganze Zeit? Maul auf dem Pfeil. Und sie hat heute frei. Diablo 3, Diablo 3. Telefon. Whatever los. Das find ich auch so scheiße bei Religion. So, sinnlose Aktion. Aber egal. Da vorne waren wir schon. Ich würde trotzdem nur gerne wissen... Brot für Eier rausgeschmissen. Hast du den Feedbot drin? Ein Mann namens Bill Williamson. Eins, zwei, drei. Zaun haben wir auch noch ein bisschen dabei. So, jedenfalls die Brigitte. Das Ding in der Mitte. Säubern, bitte. Ich hab Lauge im Auge. Wuh, 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 wuh. Vera Intwee. Na, mal mit. Waren versehen. Wie geht denn das bei denen? Du bist so geil. Geil. Steht der da die ganze Zeit? Maul auf dem Pfeil. Und sie hat heute frei. Wuh, 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 wuh. Ich hab das im Auge. Vera Intwee. Na, mal mit. Waren versehen. Wie geht denn das bei denen? Du bist so geil. Geil. Steht der da die ganze Zeit? Maul auf dem Pfeil. Ich hab natürlich keinen Flint dabei. Wuh, 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 wuh. Huch. Da ist das Lied alle. Da hab ich einfach... Ich hab auch nur Tränen im Auge, weil das so schön ist. Ah, nee, ist Schweiß. Warte. Ich hab auch nur Tränen im Auge.